Paul Anton Heinrich Rehkopf war ein deutscher Schauspieler. Leben Paul Rehkopf debütierte 1891 in Rostock. Von 1892 bis 1898 spielte er in Basel und Zürich, von 1898 bis 1917 in Posen, Mainz, Breslau und an den königlichen Schauspielen in Wiesbaden. 1917 kam er nach Berlin an die Mainhard- und Bernauerbühnen. 1925 wechselte er an die Saltenburgbühnen, 1927 an das Theater des Westens. In den 1930er Jahren spielte er am Rosetheater, am Walner Theater, am Theater des Volkes, an der Komischen Oper in der Friedrichstraße und in den kollektiven Volkstheater Neue Welt und Die Waganten. Seit 1917 wirkte Rehkopf in einer sehr großen Zahl von Stumm- und Spätertonfilmen mit. Er verkörperte in oft nur kurzen Auftritten scharf gezeichnete Neben- und Randfiguren aller Art. Er gab den Zuhälter in Karl Grunz der Mädchenhirt, den Totengräber in Fritz Langs der müde Tod. Er war Thomas Münzer im Luther-Film. Größere Aufgaben im Film boten ihm die Titelrolle in dem vergessenen, aber erhalten gebliebenen, der Vagabund von Bruno Langen, seine Gangster-Type, der sanfte Paul in der Milieustudier-Spielunke von E.W. E.W. sowie die zentrale Rolle des Bettlers in dem als ein Hauptwerk des proletarischen Films eingestuften Jenseits der Straße von Leo Mittler, Filmografie.